Yo Leute, euer KSBOYS wieder berg am Start für euch. Heute meine Idee, warte, und nein, ich bin nicht nackt, ich hab, also ich bin nicht nackt, guckt euch da, ich hab ne Rose an, ich hab, ich hab, ich hab nur so ne Jacke an, und so heute, Leute, heute wollte ich mal, ähm, so ein kurzes Video, aber auch ein interessantes Video machen, und zwar, Leute, ähm, 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 kennt, ich glaube, einige kennt von euch das hier, Laser Pop, und wenn man hier drauf drückt, Leute, da hat man so ein Laser, aber ein besonderer Laser, und zwar, da steht WTF, Leute, wenn ich euch jetzt mal auf dem Schrank filmen kann, so, da steht WTF, wenn ihr das sehen könnt, das ist echt geil, und hier steht's auch noch, WTF, und das kann sich jetzt kann ich sogar noch berühren, bewegen, bewegen, so, hier ist ja richtig geil, und ja, heute kommen auf jeden Fall zwei Videos, ähm, ähm, das, dieses Video nehm ich hier grad morgen früh auf, ähm, meine Mutter mag grad fangen gucken, ich, also, ich hab mir überlegt, dass ich mal ein Kochvideo heute machen werde, aber ich, also, ich hab mir überlegt, wenn, wenn heute kein Kochvideo kommt, dann kommt es morgen, weil morgen kommen ja fünf Videos, aber wenn heute ein Video kommt, ähm, dann, überkochen, dann mach ich das auch, ich muss das mal überlegen, wenn nicht, dann mach ich ein anderes Video raus, ähm, oder, ich wollte euch einfach diesen Laser Pop mal vorstellen, und, achso, und da ist auch noch, ähm, der, ein Lolli drin, damit ihr jetzt, warte mal, warte, 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 ach, hier, Lolli drin ist, das ist, ich mag, ähm, Raspberry, also, Blue, Bluebeere, also, Heidelbeeren, Heidelbeeren, das ist der Geschmack Heidelbeeren, gut, das war's für dieses, WTF-Video, wenn es dir gefallen hat, gibt ihn auch noch oben da, du siehst, wenn du da bist, gehst bei mir auf Videos, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.